Das Geräusch ist auch cool, ehrlich sein. Nein, ich habe doch eins gedrückt. Oh, das war zu leise. Nochmal zum. Ah. Ich brauche einen. Ja, du Scheißkerl, du. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie lange ich das jetzt... Ich glaube, das fahren jetzt ein gut 10 Versuche. Beim dritten Versuch oder so habe ich ihn bis ungefähr die Hälfte zurückgetan und die nächsten Male bin ich reingekommen, er greift mich zu einer an und ich bin tot. Alter. Ja, das war ein heftiger Kampf. Das war ein heftiger Kampf. Der Arme Bogling ist tot. Wollte er seine Familie schützen? Oh nein. Äh. 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 Ein... Barrient hat er würde... Ja. Wieso er kämpfte, verzweifelt gegen einen Okto, um seine Familie zu beschützen. Ja. Ich meine... Der hatte ja keinen Safe-Leben oder Safe-Point wie ich, ne? Alter. Und dafür... Und dafür... Und dafür haben wir jetzt... Ja und halt natürlich für das da. Das blöde ist, äh, wenn wir, ähm, den Anschluss repariert bekommen oder also das, äh, reparieren können, ähm, ist er wieder da. Ah. Die respawnen ja immer. Aber ich hab die... Ich hab, ähm, die Fähigkeitspunkte und die will ich jetzt schnell mal speichern. Bevor ich jetzt, äh, in die... Ding gehe. Äh, Fähigkeitspunkte verfügbar. Ähm. Hier ein, äh, ein Tritt oder das da. Ich will das da. Oder, ja, zuerst muss ich das machen. Okay. Okay. Alles klar. Sprintet nach vorne. Hm. Hm. So. Dann... Versuchen wir mal... Das da. Was ist das für ein Ort? Ähm. Ähm. Ich muss quasi, ähm, den ausmachen, um da hinten hinzukommen. So. Schauen wir mal. Der Jedi hat an diesem Ort die Kugel studiert. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Wissen. Erinnere. Die Kugel, ned? In der Kirche versetzt. Dann geschießt, dass... Du wirst ein Typ sein. Du wirst ein Typ sein. Du wirst ein Typ sein. Es ging mal an. Das wäre doch sehr managementier in dem, das ist der kleine und die Wirkung, um den Tod. Oh, jetzt. Drei. Natürlich. Du wirst es noch mehr. Gemma, ich weiß immer, Du super. Du wierst das wiederum? Okay, kann ich das dann überhitzen, das Ganze? Aber was soll das bringen? Was soll das bringen? Und da hoch? Komm ich da hoch? Nee, oder? Nicht. Da brauche ich wahrscheinlich die Macht oder so. Ja. Also, äh, einen anderen Skill, um das zu bekommen, beziehungsweise um da rüber zu kommen. Okay, das, äh, das schauen wir uns dann, äh, nächstes Mal an. Äh, wir müssen ja sicher noch, wir müssen ja sicher noch mal herkommen. Alter. Uiuiui. Okay, dann würde ich sagen, speichern wir hier. Also, äh, ich werde jetzt, ähm, mein Leben nicht mehr zurückholen. Also, ja, weil sonst, äh, leben ja die anderen alle wieder. Und, äh, ja. Und, äh, ja. Und, äh, jetzt gehen wir ja zu unseren Freunden zurück. Und, äh, ich glaube, dann... Oh, hallo! Und dann ist es ja eh so, dass, dass wir... ähm, wieder leben bekommen. So, wo müssen wir, also, müssen wir jetzt wirklich zurück unerkundet. Suche auf, äh, Siphon nach alten Gräbern. Ja, okay, dann doch, dann, dann müssen wir doch hier weiter forschen. Suche nach alten Gräbern. Genau, also, hier waren wir jetzt drin. Hm, geblockt. Da gibt's noch etwas Unerforschtes. Okay, dann gehen wir da runter. Dann, äh, speichern und dann da hin. Wie, wie, da hab ich fast vergessen. So. Hier speichern. Ja, wobei, äh, hier können wir uns auch ausruhen, ganz ehrlich. Lustiger wird's nur, wenn wir... Skump an. Immer dieser Skump-Anschluss. Den müssen wir irgendwie irgendwann mal helfen. Ähm, genau, das, äh, das lustiger wird, wenn wir wieder... Wenn ich wieder irgendwie da hinten hin muss. Oh, was ist das denn? Willst du mich verarschen? Sag mir, dass wir da nicht hin müssen. Also, wir müssen jetzt hier rum... rüber. Wir müssen jetzt da hin. Okay. Alter, was ist das denn? Ich hatte mit dieser fetten Kröte, äh, voll die Schwierigkeiten, also mit der... nicht mit der ersten. Ah, alter. Ah, die sind ja wieder da, ne? Guten Tag. Na? Ich tue euch nix, wenn ihr mir nix tut. Na gut. So. 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 Zerklüftete Ebene. Ok. Dann geh ich mal da runter, ne? Weil, wenn ich hier hoch geh, da komm ich zu den Fetten, ne? Alter, was ist das denn für ein Viech? an sich sieht süß aus also nett bestimmt bestimmt greift er uns nicht an ganz bestimmt ganz bestimmt greift er uns nicht an und zwar hier kannst du mehr tragen danke stimmbehälter erhalten jetzt haben wir schon drei das ist gut das ist sehr gut so wo müssen wir hin ach krass wir können auch nach hinten stechen sehr schön sehr schön so wir haben noch keinen push oder so sehen meine subwoofer aus wenn ich sie laut mache kann ich hier entlang rennen was macht er denn krass ich kann das gras absäbeln okay das ist das ist höchst gut wir sind wieder hier ach sie mal eine an genau da geht es wieder hier ach so zeig mal her aber jetzt habe ich quasi hier alles erkundet oder was jetzt rote ist alles blockiert ich muss nur eine entschuldigung ich muss noch mal schauen genau hier gab es diesen aufzug und hier und da vor der vor der tür quasi gibt es noch was was ich noch nicht erforscht habe so genau von da oben kam ich jetzt zimmer wer da wieder ist so ich weiß halt nicht ich weiß halt nicht wie wichtig die ganzen sachen anklicken soll also interagieren soll diese anschlüsse reparieren müssen wo ich die das weiß ich noch nicht das weiß ich noch nicht das weiß ich noch nicht oh schau mal der legt sich auf dem boh äh bauch auf dem rücken meine ich ich will den nicht töten ich töte den nicht bestimmt müssen wir ihn nicht töten bestimmt ist er ganz lieb mhm mhm okay hör mal auf hier so Oh mein Gott. So, ja eben, dieses Skomp-Anschluss. Was ist das Skomp-Anschluss? Vielleicht, oder der Anschluss. Vielleicht gehe ich zurück zu meiner Crew. Irgendwie gehe ich da am besten, also hier um die Ecke, ne? Genau, zu meiner Crew. Und vielleicht haben die eine Idee. So, okay, der will sich da nicht festhalten. Gut. Dann eben nicht. Oh nein, 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 oh nein. Ne, tschüss, sehe ich nicht. Nein. Wow. Zum Glück. Ah, geht auch hier runter. Da muss es doch in so eine blöde Taste geben. Also ich muss ein bisschen rüber gehen. Na du. Okay, das, das war genauso gut geplant. Genauso war es geplant. So, speichern, bevor es halt, ja, bevor ich noch mal irgendwie runter stürze. Wobei das runter stürzen, das, äh, da bin ich ja gleich daneben wieder aufgemacht. Also das war kein Problem. Ne, darunter muss ich ja nicht. Ich muss ja... Hier. Hier, 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 warte mal. Wie komme ich da denn jetzt wieder hin? Wenn ich jetzt runter fahre, dann, dann, ich, dann bin ich im Kreis gegangen. Ich muss jetzt quasi hoch. Du wirst wieder darunter? Soll ich wieder darunter? Dann soll ich wohl wieder darunter. Weil hier war ich doch schon. Ich, ich, ich will nicht noch mal gegen die kämpfen. Das haben wir schon hinter uns. Das haben wir schon hinter uns. So. Oh, entschuldigung. Ja. So. Ich seh's mir an. Gute Arbeit. Und jetzt? Wieso gute Arbeit? Gute Arbeit. Wahrscheinlich kann ich das dann aktivieren, wenn ich den Push hab. Ähm. Hey, Kröte. Also hier kann ich auch rüber zu, zu dem Aufzug. Ach, da. Ich, ich, ich komme gerade echt nicht klar. Ich habe mich sowas von verirrt. Ähm. Okay, jetzt bin ich hier unten. Genau, das rote, das haben wir gerade gescannt, das ist noch geploppt. Dann Aufzug. Ah, da, da oben war ich ja schon. Dann darunter, dann darüber. Ne, darüber will er ja nicht. Darüber will er ja nicht. Alter, ich komme nicht klar. Genau, und da, ich hier in diesem Raum, hier in den rechten, in den dunkelnblauen waren wir ja auch. Hä, aber ganz ehrlich, wie sind wir? Wie? Wir waren ja, äh, hier oben. Also, oh. Ja, cool. Wir waren ja schon hier oben. Und dann, warte, hier waren wir. Und dann bin ich wieder. Können wir eine Schnellreise machen? Ne, können wir nicht. Ähm. Wie, ich komme, ich komme gerade echt nicht klar. Was, was ist denn los? Ähm. Wenn wir hier jetzt hochfahren, dann können wir hier rüber. und dann von da aus. Können wir hier rüber vielleicht springen? Dann da, dann da. Dann da, dann da, dann da, 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 da. Dann, da, 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 da oder da hochgehen da hoch dann da dann genau dann schwinge ich mich mal kurz darüber da waren wir gerade da waren wir gerade eben und dann ist heute der dann sind wir gerade hier runter genau wenn wir hier hier waren wir auch gerade haben die ganzen krebs und so weiter genau dann sind wir hier hoch dann haben wir hier alles geschnetzelt da ich will zu euch kommt mal her kann ich die nicht rufen okay ich muss darüber und ich befürchte ich befürchte ich muss die kröte noch mal die ist die hat sogar auf uns gewartet kann ich da einfach vorbei natürlich ja hier ist halt auch keiner in kein platz um aufzuweichen ich wäre bei einer runtergefallen gut wohin darunter darunter verlassene werkstatt so gut speichern gut jetzt mache ich mal eine aufnahme pause danke fürs zuschauen ich hoffe euch hat's gefallen und wir sehen uns das nächste mal wieder macht's gut bis dann Amen.